Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Es geht nicht um Lichtkräfte gegen Dunkelkräfte. Der neuntdimensionale Arktorianische Rat durch Daniel Scranton am 30. März 2020 Übersetzt von Wolfgang Seid gegrüßt, wir sind der Arktorianische Rat. Wir freuen uns, mit Euch allen in Kontakt zu treten. Wir sind über alles und jeden auf der Erde sehr gut informiert. Wir verstehen, warum die Dinge so geschehen, wie sie geschehen, und wir wollen uns über etwas sehr klar ausdrücken. Es ist immer das Bewusstsein, das mithilfe von Schwingungen entsteht. Das ist der Grund, warum alles, was geschieht, geschehen ist. Und es ist der Grund, warum alles, was nicht geschieht, nicht geschehen ist. Nun, Ihr lebt in einem physischen Bereich, auf einem physischen Planeten. Und deshalb sucht Ihr nach einer physischen Ursache. Ihr sucht nach verantwortlichen Parteien. Ihr sucht nach dem, der was und weshalb getan hat. Und es ist Euer Recht, das zu tun. Aber der Wandel kommt durch die Evolution des Bewusstseins. Und Ihr lebt in einer Zeit, in der es eine große Chance zur Entwicklung gibt. Vor Euch liegt eine große Chance, an Euch selbst zu arbeiten, vergangene und aktuelle Lebenstraumata zu klären und einander in Euren Notzeiten zu helfen. Und deshalb möchten wir, dass Ihr wisst, dass es immer Kräfte des Lichts und Kräfte, die die Rolle der Dunkelheit spielen, geben wird. Aber selbst diese Kräfte kommen wirklich vom Licht, da wir alle Quellenergiewesen sind. Wir möchten auch, dass Ihr wisst, dass im Universum, in dem wir alle ein Teil davon sind, im Moment viel mehr Licht vorhanden ist. Das Licht überwiegt bei Weitem das Dunkle. Und wir möchten auch, dass Ihr wisst, dass diese Wahrheit, die wir Euch gerade jetzt geben, in diesem Universum nicht immer der Fall war. Wir alle haben diesen Wendepunkt überschritten. Und wir haben dies vor einer langen Zeit als universelles Kollektiv getan. Ihr, die Ihr diese Botschaft erhaltet, seid ein Teil der Kraft, die das Licht repräsentiert. Ihr erkennt Euch selbst als Wesen der Quellenenergie an und Ihr erkennt auch, dass Ihr eine enorme Hilfe von anderen Wesen habt, die das Licht repräsentieren, einschließlich uns selbst. Deshalb empfehlen wir, dass Ihr Euren Fokus nicht auf die dunkle Minderheit richtet. Wir empfehlen, dass Ihr Eure Kraft nicht dadurch vergebt, dass sie Euch fragt, was sie vorhaben. Wir empfehlen Euch, nach mehr Gelegenheiten zu suchen, um Euch zusammenzuschließen und das Licht zu erhellen, das aus Eurem Inneren kommt. Wir empfehlen auch, dass Ihr anerkennt, wie mächtig Ihr seid, wenn Ihr Euch auf das Licht in Euch einstimmt, anstatt jeden Stein umzudrehen, den Ihr finden könnt, und nach den Dunkelheiten zu suchen und zu versuchen, Ihre Agenda zu ergründen. Jetzt ist es an der Zeit, sich der Hilfe zu öffnen, die Ihr erhaltet. Denn diejenigen von uns in den höheren Reichen verstärken das Licht, und nur diejenigen, die dieses Licht suchen, werden es empfangen. Ihr seid diejenigen, die jene, die die Rolle der dunklen Mächte spielen, daran erinnern, dass sie in der Tat auch Quellenergiewesen sind und dass das Licht in ihnen niemals ausgelöscht werden kann. Das ist ein großer Teil der Rolle der Lichtarbeiter in dieser Zeit. Wir sind der Arktorianische Rat und wir haben es genossen, uns mit Euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für Deinen Energieausgleich. Vielen Dank für's Zuschauen.